Da du ja nichts hörst, ist es eigentlich ganz still bei dir. Also viele Menschen denken, wenn ich jetzt meine Hörgeräte ausziehe, dass ich dann nichts höre. Also wenn ich taub bin, also dass ich gehörlos bin, dass ich halt einfach nichts höre. Aber das stimmt nicht. Also ich höre schon nichts. Also wenn ich meine Hörgeräte ausziehe... Hallo! Hör ich nicht. Aber was ich jetzt höre, ist mein fucking Tinnitus. komischere piepste Geräusche, die mich im Alltag immer wieder begleiten. Ob ich meine, du gehörte Anhab oder nicht. Habe ich das Gefühl, jemand würde auf einen Knopf drücken und... Beep! Malchmal hat es auch so ein Beep, 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 Beep. Aber mein Geräusch hat dann immer so komische Geräusche. Manchmal hatte ich letztens das Gefühl, wie eine Bummarschiene in meinem Ohr. Es hat erstens wehgetan und es war so laut. Vielen Dank.